Die haben ja auch gereicht, was? Das macht auch keinen Spaß. Das ist okay. Sind die Stärke hier? Grün und Freustart? Das ist Wetter. Ja, dann hast du es an. Guck gleich mit uns. Oh, das ist ein richtiger Kämpfer. Richtiger Weißer. Das war ein reißen Watt, Schilber. Ja, wirklich. Bis zum Schluss. Das stimmt. Der ist wirklich richtig stark. Aber wir sehen, Bobby ist schon wieder. Haben wir nicht mal recht, dass wir da hinfahren? Aber der hat das waschen Tor, da geht der schon. Das ist schon viel wert. Der braucht hier, das sind die Mühe schwein ohne Ende. Der wacht und füren und macht. Durch, durch, durch. Der war mal besser, ne? Der unterschätzt immer den Ball. Der war so stark mal gewesen. Das sieht schnell aus. Oh, mein Gott! Steiner. Wo sagst du das denn? Steiner? Steiner? Wo sagst du das denn? Bobby, werden sie vorne richtig schön da haben. Ich denke mal, der war lange nicht da. Das finde ich auch wichtig. Zum Training kommt er immer. Aber Wechselspieler, wo bist du denn? Der passt nicht, wie das da? Der hat doch alles an. Der hat doch das Klamotten in ihm da. Der hat doch alles an. Der hat doch das Klamotten in ihm da. Der wird wieder fit, ja? Kann die mal nicht laufen, ne? Die Kuhne kriegt Bären fahren, glaube ich, die müssen sie merken, das ist Wahnsinn. Schröder kann die laufen, oder was? Bobby. Wieder schnell laufen. Steinen! Peter! Jetzt zieht du den Puget immer im Rennen. Hahaha! Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Herr Raschke. Alles gut? Der muss doch. Extrem zurück. Der ist denn der kleine Zehner, oder? Der kleinste von Grünow, der hat mal gespielt. Wer ist denn das? Habt ihr noch nie gesehen? Der hat hier erste mit dem Spiel und der Ausruf. Go Ronny, Ronny! Die Betenhofer-Aufnahmen sind noch der erste mit dem Spiel. Der Neuer hier? Der 4er hat die Rote-Zipp-Entschlusser hier. Gestern? Das letzte Mal gegen Grünow. Da hat der hier 100% mitgemacht. Der hat keine Sonne gesehen. Die müssen alle von der ersten weg hinsetzen. Schlimm. Die decken mit 11 und immer Steine ab. Aber das Problem kenn ich. Die kannst du decken, der macht das trotzdem. Der 8er schießt, der Tor schießt den König. Moment. Der kann gar nicht. Der ist aber so ruf! Der Blasse da. Da hinten der Blonde? Stumm! Na ja, und auf! Steiner direkt! Na, er ist drin! Komm! Der Steiner-Doppelpack, da musst du mitmachen. Na ja! Erik, mach deine Flasche hin. Dann nimmst du da hin die Pulle. Warum? Du weißt ja, dass du mit Bier trinken durfst. Normalerweise. Da hin! Wer ist dein Ordner? Nein! Und dein Flasche? Der hat der Rundes-Ordner hier, wisst du doch! Genau! Okay, wisst du. Dann gehen wir gleich. Guck mir her, schon andere Gesetze! Ich bin so vertan, durch und durch, ey! Nimmst du auf die ganze Zeit? Hast du das ganze Gesudel auf die ganze Zeit drauf? Ach du Arzett! Dann mach mal Ton aus, weil der hier ist steil! Erzähl ruhig! Der muss Ton ausmachen, das kann ja keiner anhören nachher! Ach du Arzett! Der nimmt alles auf, dann hat er eine ganze Quatsche nachher! Bei YouTube! Und dann nur unser Gesudel! Aber bei Dorschi sind vor, da brennt eigentlich heute nichts an! Nö! Das ist der Bild! Trinkt der ein Sieg-Kümmerling mit? Nee, ich hab heute noch ein Nachtcheck. Ich auch! War ja Glück gehabt, oder? Kann ich dir alle jetzt? Aber ich merk mir schon! Kein Problem! Nee, ich muss arbeiten! Das sagen die oft! Du musst noch arbeiten! André, ruhig! Du hast auch mitgemacht bei den Sieg! Ich stand! Ich guck! Und dieser hier ist aber nicht schlecht! Nee, der direkt! Auf den Schrauben! Der hoch ist aber nicht! Weg gegen in das Ohr! Der hoch ist dünnere! Der hoch ist dünnere! Der hoch ist dünnere! Der hoch ist dünnere! Ich staune, dass die heute die wandern, alte Herren da in Heidersberg. Der hoch ist doch! Der hoch ist dünnere! Der hoch ist dünnere! Der hoch ist dünnere! Nein, nicht Klausi. Kerkow. Kerkow. Wir müssen ja mehr noch Fußball angehen. Wir brauchen Fußball. Okay, machen wir. Komm, Junge! Der sieht aus wie Klausi. Ja. Wir haben ja schon ein paar Dinger gerissen. Kann man wirklich abhauen hier, wenn das alte Film so aufgenommen wird? Ja, alles klar. Mann, Mann! Schäfer! Wir haben Kardonow. Ich geh zum Rücken zu ihm. Schäfer hat wieder sechs, sieben frische Haus, ey. Jetzt ab! Nein! Wir haben ihn am Arzt. Jetzt! Schnell ist er, ja. Ja, aber... Ja, genau! Mach nass! Na, aber! Hast du ein Profi? Das rückt ja nicht viel nach. Das ist immer der Jammer dabei. Keine Unterkürzung, oder nicht? Nee, der ist Wettler. Der von Doppelziner der Ersten. Ja, wegen dem Heimersatz. 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 Der Sechser ist gut, von Drügo. Ja, ist der, ja. Jetzt komm! Komm, 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 komm! Jetzt schuldig! Joach! Mann! Wo ist der Stürmer? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Achseiz! Achseiz! Was? Scheiße, ja, jetzt kommt's noch falsch. Wenn wir mit 90 Minuten ausschießen. Und ganz weit weg. Wie ein Heimannsdorf. Da war Lache, da war noch ein Zwerger. Wir haben immer vorbeifahren. Die Jungen haben diese Side-Date. Ich glaube, zehn Minuten waren alleine Ballbunden. Das reicht nicht. Mit der Dressen waren es Ball geholt. Schön an dem Spielzug. Das ist eine Frage. Jawoll. Das läuft. Die Steiner muss die Pille eben machen. Wechsel die Seite. Die Pille ist da. Steiner ist ganz weit aus. Jo, Toller. Schön erklärt. Sauber. Das muss mein Erster sein. Das spielt den Ball. Alles gut gesehen. Macht man hier alle schlecht. Nur die anderen. Sind auch ein paar bei hier. Hinter dir. Wir haben wenig Sympathie. Für Tante. Ja. Ja. Aber Grün hat sich Schuhe verliebt. Echt? Ja. Du? Das ist riesig. Der ist weg. Von den alten Schuhe. Weg. Alte Herren. Und wir stellen zu uns. Wie war es schon mal besser? Ich könnte der Tischung hier nicht mehr mit. Und alles. Das ist wichtig. Der Tischung, der hätte wahrscheinlich auch 20. Ja. Garnold, seht zu. Hey! Schön war's, hast du keine Karten, Meier? Passt, passt. Der mit den wenigsten Haaren, bitte. Wie ging uns? Robi hat auch nicht mehr viel um den Kopf. Aber Robi... Reicht das nicht mehr viel drauf. Volldaten gemacht, ne? Das ist schön. Ich brauche Arbeit, dann habe ich nur gekriegt. Oh, ich bin da. Und die Warte, und die Warte, und die Warte. Und dann entlegt Eis noch. Ja! Komm mal, das ist immer deine Klasse. Da ist er! Oh! Ja! Jawoll! Ey, saustark, Junge! Junge, seid ihr geile. Junge, seid ihr ne geile Truppe, ey. Ihr habt aber auch ingeschnürt jetzt. Und jetzt, weiter! Marki! Warte! Ja, alles richtig. So, Dickerast. Denkt dran, ne? Ohne Truppe, bitte. 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 Sehr gut! Marki! Geiler Pass, ne? Den spielt er echt sehr, sehr gut. Mach den Schatz verlegt. Einfach nur Randsteckung vorbei, eh. Steiner! Jetzt wieder raus, lieber! Oh, jetzt muss er wieder raus, Alter! Hey! Stehen, stehen! Bleibst du drin, Erik? Das ist schon passiert. Ja, das ist schon passiert. Ja, das hat er schnell schreien. Hint da oben nach oben. Guck, guck, guck. Ein Minute. Können wir nächste Woche mal verlieren, ich kann mal mit. Ah! Ich bin mal mit seiner Torschetskühle. Ja, ich spüre ich das nochmal. Ich würde sagen, wir rufen jetzt Schäfer an, er soll abbringen. Hast du mir irgendwie egal, oder irgendwas? Ja, ja, irgendwas machen wir jetzt. Die Führer ist nur, stell'n paar Pulver da wollen. Ja, was ist denn? Ja, wir müssen ja eh noch was brauchen. Löt doch, was? Auf jede Tasche da rein, Kümmerlinge. Der Rett kommt nicht zu mir. Ja, wir haben ja noch mal ab. Manu, jetzt du noch hin! Ja! Der Käse ist auch hin. Ist weh, okay. Oh, sehr gut. Ich bin da aufgelassen. Das ist so eine dünne Stange. Alter, weil ich hink. Abfahrt, Abfahrt. Und jetzt? Alles schon drauf? Ja, will den Dino ansaugen. Der hat durchgeladen, hat er alle gleich mehr daraus gemacht, oder? Stecks nicht drin. Das ist halt mein Jesus. Komm mal wieder. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, du fach! Hier, komm! Scherball. Ja, ja. Schade. Der war noch leicht abgefälscht. Der liegt auf der Couch, oder? Nein, der hat auf der Couch nicht. Hier sind so viele Holzschleien, oder? Nein, wach aber jetzt noch? Wach aber jetzt noch? Wach aber jetzt noch alles? Bevor jetzt noch alles du hier machst. Ehrlich? Halb zwei war auch fertig. Von halb neun bis halb zwei. Hast du das schon übrig gelassen? Noch ein Hauch kurz haben wir übrig gelassen. Hast du das? Fall ein Hauch. Oh, 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 oh. Ich koch mal da. Do you see, Johan? Ha報! Da ist ein Hauch, derjenige, aber, oh. Von halb neun haben wir. Nicht nachgelassen, oder? Mal halb ich Stunden. Mal halb ich Stunden mit da, haben wir gesehen. Na, ne? Aber der hat doch ja reig gekackt. Der hat doch noch wen reit gekackt. Der hat doch gelohnt. Der hat doch noch gelohnt. Wir haben wieder nach oben. Der hat doch gelohnt. Wir haben ja schon wieder nach oben. Der ist ja schon mal hier. Der macht ja schon nach oben. ... und dann noch eben. ... fallen wir immer noch ein paar Meter rum. Das war's viel großartig, ja, Freunde. Das war's viel großartig, ja. Oh! 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 Und da sind wir richtig nichts. Ja da, nicht so. Du glaubst es gar nicht. Na, du glaubst es, du幻st- Bist du da gewesen? Komm mal, Jörg! Hey! Steht euch! Keiner mit! Jetzt melde den Anspruch an. Ja, das muss er ja auch machen. Es ist wie ein Mann durchgreifen, was ich weiß nicht. Bist du? Na ja, wie? Ja, ich mache doch noch mal Impul. Ja, wenn du. Aber wenn du. Wo, wenn du. Wenn, wenn du. Ja, das ist nicht falsch. Ja, das ist nicht besser. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die ist doch auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020